Ich weiß nicht, was kippt hätte, also auf dem Shuttle, was ist denn da? Ich bin ja jetzt bei der Ola, brennt ein Fahrzeug. Sackradie gibt es dem Auto, die etwas gesagt haben, brennt ein Lager. Da bin ich gespannt, ich habe jetzt die Füße, die sind hier in der Schleckenkammer, ich kann es nicht wecken. Sorry, doch, da wird wohl, das ist die Anfahrt und die Fahrt. Ich mache noch einmal genau den Punkt, das war 2 km, ich habe es nicht einfach zuerst, da ist Rot, genau, so ist es. Das heißt, da ist Öl auf der Strecke, da muss man jetzt ganz schnell, ganz genau klappen. Mitten auf der Bahn, da ist die Feuerwehr schon da, ich weiß jetzt nicht, was es für ein Fahrzeug ist. Wir werden das gleich sehen, wir hoffen natürlich, natürlich hoffen wir, dass das alles geht, dass das alles besser wird. Und der Fahrer da raus ist, das ist natürlich ein wenig ein Faden, aber es ist materiell. Das heißt, das muss nicht sein, ganz klar, aber wir werden das jetzt, dann beobachten. Ja, das ist, hoffe ich, dass das Rett jetzt unter den Bedingungen zu Ende geht. Wir werden das jetzt, wenn wir das jetzt wieder auswärten, waren nur 2 Minuten gewesen, die wir hätten verbringen können, hier mit den Lamborghini Super 2. Wir wollen jetzt erstmal schauen, was da ist. Ich melde mich gleich zurück, ich bin mal ganz oben weg, 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 ich bin gleich wieder dran. Ich binme gut, ich bin mal sehrANT da, ich bin mal ganz oben weg, ich bin mal ganz oben weg. Ich bin mal ganz oben weg, ich bin mal Escape, ich bin mal so Zug types. Everartetimm fifty. Musik Oh, dear.